Das ist der kleine Cori. Cori, sehr schwer beschäftigt. Er ist auch seit kurzem hier. Er ist ein Hund vom Verein Alpha. Cori, hallo Schätzchen. Also mittelgroß, hübsch und weg ist er. Hoppla, wo habe ich ihn? Um die Ecke. Komm mal her, ja komm mal her, Cori. Ja, hübscher Bub. Ein sehr hübscher Hund. Eine interessante Färbung. Er ist ein dunkelbraun in schwarz gehend. Also wie gesagt, er ist hier in der Gruppe und man sieht, er kommt sehr gut zurecht und er lebt im Moment mit der kleinen Bignette. Die zwei haben den Spaß ihres Lebens. Da sind sie schon zusammen. Hallo. So, ja, okay. Wildes Getobe. Hallo. Cori. Cori. Super macht ihr das. Cori, Cori, Cori. Wie gesagt. Mann, hier sind die Beschäftigten davon schon. Ja, also er ist vielleicht so 40 Zentimeter groß. Sehr nett. Wie gesagt. Kommando.